Führungskräfte packen an. Unter diesem Motto hatten sich am 14. Juli rund 15 Vorstandsmitglieder, Elektroingenieure und IT-Spezialisten der EDIS AG in der Kindertagesstätte Boddenkicker in Ribnitz-Dammgarten eingefunden. Gemeinsam unterstützten sie die integrative Einrichtung des DRK und führten Renovierungsarbeiten durch. Wir sind eine gesundheitsfördernde Einrichtung. Wir haben auf jeder Etage eine Kinderküche und schreiben uns Bewegung, Sprache sehr auf den Fahnen. Wir tun, dass die Kinder es lernen, gesund mit ihrem Körper umzugehen, ihre Körperhygiene zu erlernen. Dazu haben wir auch eine hauseigene Sauna, die wir hier nutzen und es macht den Kindern sehr viel Spaß. Es ist ein individueller Tag, es ist in einer schönen Atmosphäre der Vormittag, wie er abläuft. Ja und die Kinder nehmen da sehr viel mit fürs spätere Leben und wir hoffen, dass sie dann später auch für ihre Gesunderhaltung was tun. Die Führungskräfte der EDIS AG sorgten mit viel Engagement dafür, dass die Kindertagesstätte noch attraktiver wird. Für das Unternehmen ist gesellschaftliches Engagement eine Selbstverständlichkeit und wird mit zahlreichen Aktivitäten gelebt. Die EDIS ist ja als Infrastrukturdienstleister in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg unterwegs. Normalerweise sorgen wir dafür, dass Stromleitungen und Gasleitungen ordentlich funktionieren, dass Strom und Gas zu jedem kommt. Aber seit drei Jahren ist es so, dass wir mit unseren Führungskräften, also die Termine, wo wir uns über Themen des Unternehmens austauschen, verbinden. Und auch mit einer solchen Aktion wie heute, wir gehen in Kindereinrichtungen, andere Sozialeinrichtungen und helfen dort ein paar Stunden mit, machen uns auf die Weise auch auf andere Weise nützlich. Der erste von vier Arbeitseinsätzen in der Kindertagesstätte Boddenkicker endete mit dem Aufstellen einer Baumbank. Das hierfür benötigte Material brachte die EDIS AG natürlich gleich mit.